Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege mit Dalu Alex, dem Sachsen und einem random namens GF Psycho-Killer. Ah, krass. Good Friends? Ne, warte mal. Good Fellas? Was steht denn da an dem Logo? Welches Logo? Achso, warte mal. Follows? Follows? Fellas? Ich sehe keine Logos. Oh, keine Ahnung. Good F auf jeden Fall. Good Fellas wahrscheinlich. Fellas, ne, will ich jetzt auch sagen. Schönes Logo eigentlich. Oh, wir haben mal ein komplettes Team nur mit Premium. Obwohl, ne, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Ich wollte gerade sagen, wir haben ein komplettes Team mit Premium Skins, aber vergiss es, wir sind ja Orange. Vergiss es, wir sind ja Team Orange. Ich wollte gerade sagen, Orange ist Premium, aber ist es ja nicht. Oh, Premium. Geht, geht es überhaupt schon? Ich glaube schon. Ja. Welches Team soll es sein, Angreifer oder Verteidiger? Muss ja Angreifer sein. Ah, hab ich mich nicht auseinandergesetzt, ich hab's noch gerade mal bestätigt. Ein Jäger hat ja jetzt. Ist halt durch Jäger ja jetzt. Nicht in Explosionsradius, komm, habt ihr gehört, bitte? Das ist wichtig, sonst explodierst du. So, wo lege ich denn noch einen coolen Draht? Jetzt kannst du das Ding hier unter... Wie viele Drähte habe ich denn? Ich kann ja jede Tür vermieden, wenn ich Bock habe. Hast du gesagt, dass du rumsetzen? Ne, ne, das kannst du unterschätzen. Ela-Fenster kannst du, glaube ich, nicht auf die falsche... Die einzige Operator-Frau, wo es drauf ankommt, wo die Hände setzt. Die kommen anscheinend bei der Tür. Oh, die haben jetzt switcht. Bei der Tür. Also, ja, na, die hintersten Tür eben. Boah, Alter, ich brauche ja drei Preparing-Zeiten, bis ich alle Drähte angebracht habe. Die haben ein Schild. Ja, der hat ja 500 Drähte. Ja, oder? Ja, nicht schlecht. Jeder chillt, werfen Drohne ran. Drohne ist drin. Keine T-Tents dazu. Versuch, sind drin. Komm jetzt, werden jetzt gleich rein, werden jetzt gleich reingehen. Ja, von der Seite sind schon drin. Äh, Küche, äh, hier, äh, Toilettenraum. Hat sich ja mal wieder richtig gelohnt. Blitz ist drin. Ach, in allen langen Gängen ist ja alles offen. Ganz hinten durch. Ach so, das ist sehr random. Ah, da konnte der Blitz wieder nichts tun. Arno ist noch aktiv. Ne, ne. Ach, ne, okay. Der Diffuser ist aktiv. Ne, ne, ne. Die Anzeige kam schon, naja. Was ist mit ihm denn falsch? Das ist ein Zyche. Er wollte eine Bombe haben. Ne, noch nicht. Ich habe einfach noch ein bisschen geschossen. Er hat beide geschossen. Ja, aber er hat nur dich gemeint, Alex. Was mit dir falsch ist. Jetzt nehme ich Jekyll. Was ist denn los mit dir? Jekyll. Und warum nimmst du nicht Bandit? Ist er Blitz spielen? Nein. Du kannst momentan hier spielen. Jetzt nimm Ash, ey. Oder irgendwas, was du halt spielen kannst. Ja. Nimm Ash, early boy. Machst du eh nicht, dafür hast du zu viel Angst. Du warst doch die ganze Zeit noch eingeloggt. Bei mir auch, nein, bei uns hatte sie keinen. Achso. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspülen. Können wir das nicht mit Satellitentechnik? Nein, das ist das Vollgeben von dem Spiel. Nicht da, wo wir waren. Können wir das ganze Haus. Oben, Kinderzimmer, wie das sich das anhört. Oder ganz unten, jetzt von wieder. Ganz oben, ganz oben. Ganz oben. Dann knallst du nicht in dem Kinderzimmer, das ist nur bei dir im Haus. Nee, nee. Ja, von der Dings wirst du gleich abgeschossen. Ein paar Fotos gemacht, zack, Paparazzi in das Bett. Geht nicht. Nein. Geht natürlich nicht. Die Box ist groß, ja. Nur der Bagger rechts oben ist sehr detailliert gebaut, mit dem Sand da auch. Ja, da kannst du uns doch sagen, wie diese Sandform heißt, oder? Deine Mutter. Ja, man kann uns sagen, wie der Bagger heißt. Wie heißt der Bagger? Schweig, du na. Alles klar. Ich seh da nichts, wenn ich da hingucke. Es geht grad mal los und alles. Ja, aber ja. Okay, ich seh Fußspuren. Könnten eure sein. Einer ist draußen. Hab dich gerecht, ich bin jetzt auch dafür. Na, aber da für mich halt ist der Trade. Da kommt einer. Da kommt einer. Da kommt einer. Boaknade, die einer geworfen hat. Richtig. Ich dachte es wär Flash. Aber schon. Mach du. War hier gar ein Laserponto? Der Trade hat's hier halb gelohnt. Achtung, Explosion. Alex. Wow. Der war ne Claymore jetzt aber angebracht gewesen an dem Platz. Ja, das stimmt. Hab ich vergessen. Okay, das haben sie leider gehofft. Seiner ist, müsste noch weiter weg sein. Also hättet ihr euch verhalten lassen. Weiß man überhaupt wo die Bombe ist? Ja. Die Bombe hab ich. Unter uns. Ach ja, stimmt. Die Bombe. Ich bin gesportelt. Die haben durchgängliche Aufnahme an dem großen Fenster. Komm wir gucken mal am großen Fenster vorbei. Ja, das Problem ist, hier ist noch irgendwo ne Cam die nicht disabled wurde. Die haben mich grad hier. Wenn du da runterspringst. Die da. Ist sie jetzt weg oder nicht? Ich seh es nicht. Alex hat ne Cam weggemacht. Achso, okay. Das ist schonmal schön. Also hinten bei den Betten, wo da nur nicht drunter kam, war auf jeden Fall einer. Einer kommt gleich hinter uns. Wenn du das hast. 1,30, 3 Gegner. Ja. Rechts. Gut, 2 Gegner. 1,30, 2. Einer wird ja hinter mirra Fenster stehen. Dein Gegner. Alles hinter mirra Fenster mit Sicherheit. Sagst du? Ja, es geht los. Da ist offen. Ich bin offen, ja. Soll ich rein? Nein, nein, nein. Keine Ahnung von wo. Ja, in dem Raum. Da in dem Raum. Wer mich da gesehen hat. Weißt du wo genau? Ach, er hat durchs Bett. Ach, durchs Bett? Boah. Nicht gesehen. Bei ihm war die Wand öfter weiter auf als bei mir. Das glaube ich nicht. Doch, er hat durch die versteckte Wand geschossen. Das ist so geil. Hast du gelegen gerade? Ja, habe ich. Okay. Das ist gut. Das ist jung. Wieso habe ich für den kein Skin mehr drauf? Meine Skins wurden zurückgezogen, glaube ich. Bist du ein anderer Mysterium? Ist er das? Wenn die weggenommen haben, das weißt du doch. Das ist ein neue Feature, ne? Von der Fett kam das rein. Mom, gib uns unten den Raum. Hella. Ja. Die Schutzplatten. Ja, wohl. Na doch, hier ist ne Bünde. Okay. Okay. Ich bin dran durch deinen Fass. Mhm, aber ich habe nicht lange genug gedrückt. Komm, kreis drauf. Hm, hm, hm. Noch 10 Sekunden hast du gehört, Alex. Mhm. Voll krass, oder? Das ist eigentlich spannend. Könntest du das auch so spannend wie ich? So, der Truppe ist zu, der andere ist auf, würde ich sagen. Oder? Ne, der ist auch zu. Da haben wir die Truppe zugemacht. Freundlich. So, wir haben schon mal einen Schlipper. Schlipper? Ne, ich schnippere es auch. War hier unten, oder? Ne, das ist der Psycho, der gerade öffn macht. So. Gut. Da ist Bewegung über, äh, über uns. Oh, der ist irgendwo? Keine Ahnung, wo die... Hä? Die denken, ein Magazin in der Luft. Alter, bei mir ist irgendeiner unsichtbar. Genau über mir ist einer. Das ist der Bug, das das Magazin liegt. Das ist unter dem Bug, also das Magazin unter ihm läuft. Genau über uns ist einer. Ja. Erste Etage. Der kennt ihn nicht. Die suchen mich gerade. Die sind an meiner Echo-Kamera. Ne, die haben einfach nur zugemacht. Die machen den Boden auf bei euch. Ein Dropper geht auf im Party-Raum. Ja, über uns ist er auf jeden Fall einer. Haben hier bei Kellertrepper öfft gemacht. Drohne ist drin. Drohne war drin. Dropper im kleinen Raum ist auch unten. Da ist auch einer. Okay, Psycho ist down. Hoppen, hoppen. Wow. Das wird aber auch mehr Zufall wie alles andere. Noch... Da ist noch Ash. Da ist noch Ash. Zwei. Twitch haben sie auch. Twitch Drohne down. Twitch Drohne down. Komm wieder zurück Ash. Noch eine Drohne. Hinter dem Schelz. Die weisen den Dropper auf. Ja, es ist... Die Bahne haben sie noch. Ja, es ist so weit gekommen. Ach, fuck. Okay. Du kannst eben schon wieder sehen. Ja, von oben. Vom Dropper. Okay. Wir müssen ein bisschen... Twitch Drohne war dann drin. Wir können ja nicht mehr weiter so richtig in den Raum rein dünzeln, können wir nicht mehr. Nein, die waren alle da drüber. Okay. Okay, für den hab ich einen Assi gekriegt. Weil die sehen uns jetzt leider von den Dropper halt zu gut. Braucht jemand Heilung? Echo, oder? Am Dropper... Ah ne, jetzt haben sie meine Kamera. Ich hatte die Dropper-Cam. Ah, okay. Ja gut, die müssen ja runterspringen, dass sie was machen können. Du bräuchtest mal Heilung, aber du bist halt... Bist du an den Dropper-Date da oben? Ja, ich werde jetzt gespottet. Okay, war hier... Ja, ich hab gesehen, die Drohne ist runtergefallen. Wo ist der dritte von denen? Der ist nach hinten gerannt, so in deine Richtung eigentlich. Der muss relativ weit oben sein. Wieder, irgendwie da unsere Drohne drin. Mach die mal auf, ne? Ich muss wieder zu tun machen. Okay, die haben nur auf Grundrand Slicer geschossen. Ja, aber... Die haben nur auf Grundrand Slicer geschossen. Ja, den... Ist down, oder? Ist down, jetzt hab ich schon down. Hat trotzdem gelegt. Einer noch. Ah, da muss noch... Ich geh mal davon aus, dass er oben irgendwo rummacht. Ich hab dich gefangen. Ich hab dich gefangen. Wie bist du denn? Hahahaha. Aua, 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 aua! Alter, sah der kaputt, ey! Warum prügelst du denn? Das war der Psychochiller auch lustig. Warum schlägst du jetzt so sauf? Das war der Psychochiller auch gut. Das war ganz schön brutal, ey. Äh, sah auf jeden Fall lustig aus. Was ein Scheiß, ey. Die sind da reingekommen, ey. Ich bin mit dir, also gleichzeitig da hochgeklettert und die haben mich direkt hingelegt. Schön, ne? Ach, ja. Das ist auch lustige Bugs, wenn sie so sind. Aber sie sind, glaube ich, oben. Ja, oben oder unten? Ich glaube, oben, so schnell wie die da oben ist. Ja, ja. So schnell wie der unten war, muss das sein. Also gleiche Raum wie gerade eben. Genau. Na, kommt jetzt drauf auf den Schweinen. Oh, das wird ne Schweine-tastische Kamera. Die hat aber ne vierkige Hitbox, ey. Hallo. Wir haben ja gar nicht viele fallen. Ach du Scheiße. Die haben auch gehabt keine, da müssen wir aufpassen. Die Tourate, die Luftbahn. Die Freise auf die Down. Ohne eine Kamera rausgeworfen. Warum kann ich nicht gegen random Sachen hauen? Ich darf jetzt erstmal den Hammer benutzen. Welchen Bug hat das denn? Na, damit du nicht ärgerst. Ja, aber wie denn? Ich kann ja kein Teammate damit angreifen. Ich konnte jetzt, ich habe die ganze Zeit Hammer gespamt. Und ich konnte ihn jetzt erst nutzen. Ich bin gerade weggeflogen von der Mauer, als ich hochgegangen bin. Ja, in der Tat. Das kann ich sogar mal bestätigen. Wenn ihr oben den Raum, wenn ihr den Raum oben kleiert, könnte man da ja theoretisch rein. Also, den da. Im Tower ist einer. Echt? Ja gut, da komme ich jetzt hier dagegen ganz schlecht an. Ah, unten rum. Oben rum? Oder nee, das wirst du gerade. Das war ich jetzt, um ihn vielleicht nach unten zu locken. Er hat gerade irgendwas blau geleuchtet. Ach, das ist der hinten. Nee, er geht gerade hoch. Er kann nicht oben sein. Okay. Tja, wir müssen das große Fenster, dann haben wir da, halt hier bitte drauf aufpassen. Naja, da komme ich gerade hin. Leute, wo war das denn? Ja, da, wo er in der ersten Runde auch rausgesprungen ist. Wo war der Schuss jetzt? Nee, der war jetzt in-game. Ähm, in-game vor allen Dingen, äh, im Raum. Ich leg mal den Doppel hier kurz auf, ne? Boah, ich kann da eine Witzel mitnehmen. Ich sehe gerade nichts. Ja, genau hinter dir. Okay, die haben auf jeden von der drei Echo, haben die, die Echo-Drohne ist halt drin. Machen wir mal ganz schön scheiße hier auf. Ist noch was von Tower oder ist Tower? Die war zu kurz. Einer kommt wieder von hinten wahrscheinlich, wo Dalu ist. Das wird aber relativ schnell. Der ist dann nur bei mir. Stell ich mal so hin, wie du gerade eben warst, sagst du? So, du hast... Weiter rechts. Weiter rechts, ja? Ja, an die Kante ran hier. Ah. Wenn du wieder kannst. Weiter ran. Ja. Ja, 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 so ist gut. Da hinten ist einer jetzt gerade durch. Wo ist die Echo-Drohne? Da, ich glaube da oben an der Decke und hier ist aber Gegner gerade gewesen. Nee, ist close an der Decke, ich sehe sie. Ah, die ist close an der Decke. Ich habe sie ganz kurz gesehen. Ja, das heißt aber... Ja, die hat jetzt keine Muni mehr. Richtig. Jetzt können wir rein. Aber hier, da ist einer, ne? Der die ganze Zeit piekt. Ich bin drin. Die komplette Wand ist hier, also... Wenn ich nur dann links, dann könnte ich hinterliegen. Na, okay, der schießt durchs Bett, aus dem anderen Raum. Können, du musst legen, ne? Rechts an der Ecke. Ja, ich müsste halt aber... Ich muss halt hinter der Sachse. Ja, ist richtig. Da müsste ich halt mal kurz vorkommen. Jetzt zum Beispiel. Vorsicht, da ist Bandit. Äh, da ist Bandit. Äh, Quatsch. Kapkan. Einfach stehen bleiben. Einfach stehen bleiben. Okay, ich bleib stehen. Ich bleib stehen. Aber... Hinter uns, Alex! Das ist dein Problem. Ja, ich konnte mir erst drehen, als ich es gehört habe. Wow, die Echo-Drohne bricht das... Ich konnte ja erst schießen, als ich es gehört habe. Er hat ja aufgeschlagen und geschossen direkt. Ich kann halt nichts mehr machen. Also, das Aufschlagen ist, wenn du es ansagst, so schnell zu sehen, dass... Ja, aber es hat auch für mich keinen Sinn gemacht, die ganze Zeit nur auf das Fenster zu gucken. Ich musste nur warten, bis ich was höre. Naja. Aber geschafft ist geschafft. Ja. Ich wollte gerade sagen. Das war doch eine schöne Runde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Tschüss.